Hallo Low Cup Fitti! In diesem kurzen Video möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach du niedliche Kuchendeko aus selbstgemachten, zuckerfreien Marzipan herstellen kannst. Nutze eine Silikonform deiner Wahl. Ich habe mich hier für eine Häschenform entschieden und damit diese lustigen Gesellen herzustellen. Wenn du magst, kannst du das Marzipan mit Lebensmittelfarbe einfärben. Nachdem du Marzipan ohne Zucker nach dem schnellen Rezept auf Low Cup Fit.de gemixt hast, drückst du die Marzipanrohmasse in die Silikonform. Dann stellst du die Form für 30 Minuten in den Tiefkühler, weil du das Marzipan einfach viel besser lösen kannst und es leicht angefroren ist. Das ist auch schon alles, denn nun kannst du deine Marzipanfigürchen verwenden, um Kuchen zu dekorieren oder sie noch mit Schokolade verzieren oder sie einfach pur naschen. Einen guten!